Kanadierinnen auf dem Gehweg getroffen. Was geht ab, Leute? Hier ist wieder Medienstöpsel RESTGG, number one in Sachen aktuellen News und Highlight Content. Ich hab mal wieder was für euch. Video Kanadierinnen auf dem Gehweg getroffen. Ich meine, das ist so ein bisschen eine oldschool Stadt. Es ist so ein bisschen, wie sagt man, wie nennt man denn diese Stadtbereiche nochmal? Lass mich mal überlegen, wie nennt man denn das? Ah ja, Altstadt. Es ist so ein bisschen Altstadt-Vibes hier und es kommt einem eine Kanadierin entgegen. Ja, Leute. Vor allem, ich finde diesen Typen im Hintergrund ja sowieso das Highlight, dieser Business-Typ. Dieser Business-Typ mit der Sonnenbrille, der sich dann umdreht und denkt, hä, was ist da los? Ich glaub, der hat irgendwas vergessen oder so. Ich glaub, dieser Business-Typ mit der Sonnenbrille hat irgendwas vergessen und dreht sich deswegen nochmal um. Vielleicht hat er irgendwie sein Portemonnaie oder so verloren, man weiß es nicht, ne? Guck mal, der hat auch so Hosen an, die so ein bisschen übers Knie gehen. Ist das euch schon mal aufgefallen? Sind diese Hosen überhaupt trendy, die dieser Typ da trägt? Die so ein bisschen über, was heißt Knie, die so ein bisschen über die Knöchel gehen? Ich meine, wenn's warm ist, könnte ich diese Hosen schon verstehen. Aber irgendwie sieht auch ein bisschen, weiß ich nicht, trägt man die Hosen so wie der Typ? Keine Ahnung, Leute. Tja, ein Kanadierin auf dem Gehweg getroffen, Leute, da habt ihr es. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020